Was bedeutet diese Eskalation zwischen dem Iran und Israel für die Märkte, sowohl für den Ölpreis als auch für den Dollar, als auch für die Aktienmärkte? Gestern hatten wir ja gesehen, dass als das Weiße Haus bekannt gab, oh da steht ein Angriff des Iran auf Israel, bevor die Märkte zunächst mal ziemlich runterkrachten. Dann kam dieser Angriff, Schäden hielten sich in Grenzen, Märkte erst mal wieder nach oben gelaufen, dann aber wieder gefallen. Und wenn wir uns heute mal den Ölpreis anschauen, dann sehen wir, der steigt weiter und wir sehen auch, dass der Dollar wichtige Marken überwunden hat. Wir sehen also eine kommende Dollarstärke und das Problem für die Märkte ist insgesamt, wenn der Ölpreis jetzt wieder deutlich anzieht, das alles noch in Kombination mit dem Hafenstreik in den USA, dann steigen die Inflationserwartungen, dann kann die Fed die Zinsen weniger senken, weswegen der Dollar stärker wird und die Aktienmärkte vielleicht ein Problem haben. Schauen wir uns die Gemengelage mal an, meine Damen und Herren, erstattend eben mit dem, was wohl kommen wird. Die Israelis werden einen signifikanten Rückschlag oder Gegenschlag hier machen, so heißt es bei Baragravid, der schon derjenige war, der informiert wurde vom Weißen Haus, arbeitet für Axios, so ein Insider-Medium der Washingtoner Politik und man wird hier wahrscheinlich die Ölproduktion treffen wollen und andere strategische Seiten, Fragezeichen auch die Nuklearanlagen des Iran, das ist die große Frage. Hier sehen wir mal, wie derzeit die Stimmung teilweise in Israel ist. Hier haben wir einen ehemaligen Ministerpräsidenten, Naftali Bennett, eher im rechten Lager ganz klar zuzuordnen, aber der sagt ganz klar, wir haben jetzt die beste Chance in den letzten Jahrzehnten, das Gesicht des Nahen Ostens einmal zu ändern und wir wollen diese Gelegenheit jetzt nutzen, denn wir haben hier Regime, die uns nie in Ruhe lassen werden und irgendwann sind wir es unseren Kindern schuldig, diese Probleme wirklich mal zu lösen und in der Tat, es ist ja so, Israel kommt nicht zur Ruhe, ist natürlich selber auch aggressiv, wird aber eben auch permanent bedroht. Nicht zufällig hat die Hezbollah am 8. Oktober letzten Jahres, einen Tag nach diesem Massaker durch die Hamas, ja auch Israel beschossen. Es ist kein Zufall, dass der Libanon im Niedergang ist, nachdem Libanon ja bis 1975 eigentlich ein christlich dominiertes Land war, dann allerdings mit der Einwanderung vor allem von Palästinensern eben immer muslimischer wurde, dann islamistisch wurde, eben mit der Hezbollah und diese Länder, das muss man leider eben auch sagen, bekommen nicht allzu viel auf die Kette, wie der Islam eben irgendwie den Anschluss verloren hat. Wenig Innovation, wenig wirklich Kreatives, man flüchtet sich in die Religion, flüchtet sich in Extremismus und sieht Israel eben als den Stachel im Fleisch, der letztendlich den Leuten auch klar macht, dass man technologisch unterlegen ist und das hat Israel ja klar gemacht, was für ein Husaren-Schritt, Husaren-Ritze sozusagen in kurzer Zeit die gesamte Hezbollah-Führung praktisch zu töten, tausende von Kämpfern schwer zu verletzen, all diese Dinge, das ist schon eine ziemliche Meisterleistung, ob man es moralisch jetzt richtig oder falsch findet. Und jetzt sehen wir eben die potenzielle Eskalation darin, dass Israel jetzt sich sagt, okay, jetzt werden wir mal Fakten schaffen, vielleicht auch im Iran, denn eines scheint klar, Biden will natürlich jetzt und die Harris-Biden-Regierung, wir wollen natürlich jetzt nicht zwingend eine weitere Eskalation haben, damit der Ölpreis nach oben geht, was die Wirtschaft in den USA belastet, weswegen, wenn man das unbedingt vermeiden will. Aber die Israelis und Netanyahu wissen, dass sie in der Vorderhand sind, dass die Amerikaner nicht zurückstecken können, wenn man von außen angegriffen wird. Die USA waren sehr kritisch gegenüber den Israelis, was Gaza betrifft, das Vorgehen dort. Aber wenn von außen, wie vom Iran, ein Angriff kommt, dann sind die Amerikaner normalerweise sehr stark an der Seite von Israel. Das weiß Netanyahu wahrscheinlich für sich zu nutzen. Also das vielleicht mal ein paar Gedanken dazu. Und hier sehen wir bei Seaway, dass hier gestern sich lange Schlangen gebildet hatten, schon vor Tankstellen im Iran. Die fürchten, dass es bald schwierig wird, vielleicht mit der Benzin- und Ölversorgung. Und 95 Prozent des Exportes des Iran geht durch ein ganz, ganz kleines Nadelöhr, die sogenannte Karg Island im persischen Golf. Und da sind natürlich Ziele für die israelische Luftwaffe, die sehr lukrativ wären. Also das könnte jetzt eine ziemlich heiße Geschichte werden. Man wartet also praktisch jetzt auf das, was die Israelis machen werden. Jetzt kommen wir to the markets, meine Damen und Herren. Wir sehen hier mal den Vergleich zwischen steigenden Energie-ETF, einem steigenden Energie-ETF und einem fallenden S&P 500. Und es gibt schon ein Muster, wenn Energie steigt, dann fällt der S&P latente. Warum? Weil eben dann die Inflationserwartungen steigen, weil dann die Zinsen weniger fallen können, etc. Goldman Sachs berichtet, wir hatten jetzt die größte Nachfrage nach Energie, also dem XLE-ETF und dem WIX, also dem VOLA-Barometer seit Dezember 2022. Vor allem XLE-Calls, also Wetten auf steigende Energiewerte. Und die sind ja auch gestern deutlich gestiegen. Ebenso wie der Dollar, der erstmals seit Monaten jetzt über seinen 20-Tages-Durchschnitt gekommen ist. Ich weiß, viele halten Schadtechnik für nicht relevant. Ich schon, weil es geronnenes menschliches Verhalten ist. Und die Amerikaner orientieren sich sehr stark im Handel nach solchen gleitenden Durchschnitten. Und wir sehen, der Dollar-Index immer wieder abgeprallt von diesem gleitenden Durchschnitt. Jetzt drüber gekommen liegt auch an der Euro-Schwäche, nachdem klarer zu werden scheint, dass die EZB im Oktober die Zinsen senken wird. Und wir sehen den WIX, das Volatilitätsbarometer, gestern mal entspannte 23%-Gestiege. Wir sehen auch hier charttechnisch ganz vielversprechende Dinge, die für einen perspektivisch weiter steigenden WIX sprechen. Auch wenn zweistellige Gewinne oder Verluste meistens dann in den nächsten beiden Handelstagen eine Gegenreaktion hervorrufen. Aber es ist schon interessant, wir haben den V-WIX, also die Volatilität der Volatilität bei etwa 110, 115. Das ist jetzt nicht so, dass man sagen könnte, naja, die Märkte sind ganz ruhig. Also da passiert schon was und wir haben ja diesen Anstieg gesehen, die WIX-Bewegungen, die Bewegungen in Energie-ETFs. Und interessant ist eben auch, dass wir eine negative Divergenz haben zwischen dem S&P 500, dem SPY also, und dem Nasdaq, dem Triple Q. Nasdaq ist deutlich schwächer und wenn wir uns mal die Performance anschauen seit Jahresbeginn, sehen wir Versorger, Utilities mit 31% im Plus. Und die Technologie dann eher so im Mittelfeld mit gerade mal 15% im Plus. Ganz hinten übrigens Energie mit gerade einmal 9% im Plus. Also da bestünde auch der größte Nachholbedarf sozusagen. Und jetzt eben die Frage, naja, was passiert jetzt mit der Wirtschaft? Das ist ja auch mit die Frage aller Fragen. Kommt die Recession oder kommt sie nicht? Hier Tom Lee von Funstrate wieder mal sehr Bullisch ist, sehr gezeigt, wie immer. Und da Sie wissen, dass ich auch Dauerbulle bin, bringe ich natürlich solche Grafiken. Hier sehen wir, wenn es zu keiner Rezession kommt und die Fettizinsen senkt, dann hatten wir eine 100% Trefferquote positiver Märkte. Durchschnittlich 8,4% Gewinn nach 3 Monaten, nach 6 Monaten 12,8%. Wenn allerdings eine Rezession kam, dann auf der linken Seite sehen Sie hier nach 3 Monaten minus 7,5%. Nach 6 Monaten immer noch 3,5% minus. Also dann wird es eher weniger plussig, sondern eher minusartig, wenn also die Rezession kommt. Und ein Faktor, ob diese Rezession kommt, wird auch dieser Hafenstreik sein. Jetzt sehen wir hier diesen Gewerkschaftschef, Harold Deguert, der gestern ja gesagt hat, ja, wir haben sozusagen euch am Leben gehalten, indem wir die Häfen weiter betrieben haben mit unseren Hafenarbeitern. Viele sind da gestorben, haben sich infiziert, sind schwer krank geworden, etc. Also deswegen fordert man über 61% mehr Lohn. Die Arbeitgeber, das sind verschiedene Reedereien wie Maersk zum Beispiel, sagen ja maximal 50. Man kann sich da nicht einigen. Dieser gute Harold Deggett, dieser Gewerkschaftsboss, der hat von seiner eigenen Gewerkschaft 728.000 Dollar verdient im letzten Jahr und 173.000 noch mal obendrauf als Präsident einer lokalen Gewerkschaftseinheit. Er fährt einen Bentley und hat jetzt kürzlich eine sehr lange Yacht verkauft. Also der Mann ist bettelarm, gell? Deswegen setzt er sich so für die armen anderen ein. Aber entscheidend ist eben, wie lange wird dieser Streik jetzt dauern? Also 10 Tage würden bedeuten 0,2% des BIPs im vierten Quartal und würden bedeuten 45.000 weniger Stellen bei den US-Arbeitsmarktdaten. Das ist dann schon erheblich und das sind nur 10 Tage. Stellen wir uns vor, es würde länger dauern. Dieser Streik geht ja von der Roster bis zur Südküste. Und Interessant, das tut sich übrigens auch bei den Banken. Hier sehen wir, dass die Übernachtfinanzierungsraten SOFR jetzt so stark gestiegen sind in sehr, sehr kurzer Zeit. Das heißt, die Banken verlangen untereinander sehr viel mehr Zinsen, wenn sie sich wechselseitig Übernachtgeld leihen. Das ist auffällig. Zweitens auffällig, dass die Risikoprämien für US-Kreditausfallversicherungen, also dass die USA ihre ausstehenden Kredite nicht bezahlen, deutlich nach oben geschossen. Auch ziemlich plötzlich. Stanley Druckenmiller hat gestern gesagt, also egal wer drankommt, eins scheint klar, das wird praktisch fiskalische Recklessness werden. Also praktisch eine unverantwortbare Politik, fiskalische Politik. Und vieles spricht dafür, dass dem so ist. Wenn wir bei den Märkten mal bleiben, sehen wir, dass wir ja diese Rallye hatten noch am 30. September. Wahrscheinlich so Window-Dressing, die ganzen Institutionen nochmal irgendwas gekauft, um zu zeigen, siehst du, ich war auch da dabei, wo es gestiegen ist. Ja, okay, in diesem Quartal schaffst du, habe ja alles richtig gemacht, gell. Aber dann wird das eben wieder rückabgewickelt. Und wir sehen vor allem auch bei den Dealern, dass hier die Salon Gamma deutlich zurückgegangen ist. Das bedeutet im Klartext, wir können jetzt wieder freier atmen. Der Markt dürfte volatiler werden mit größeren Bandbreiten. Wenn das Gamma, der Dealer, sehr, sehr hoch long ist, dann ist das so ein Markt, der sich einpendelt. Unten wird gekauft, oben wird verkauft, etc. Also das ist vielleicht wichtig zu beachten und schauen wir uns mal an. Hier sehen wir die Struktur des Aktienmarktes überkauft, überverkauft, in welchem Zeitrahmen. Hier sehen wir die Aktien, die über ihrem 5-Tages-Durchschnitt sind, auf der linken Seite. Wir sehen eben verschiedene gleitende Durchschnitte, 5, 20, 50 und 200. Und wir sehen, selbst im 5-Tages-Durchschnitt, links oben sind wir, naja, so in der Mitte irgendwie, also noch lange nicht überverkauft. Diese gelben Linien bezeichnen Extrempunkte, wo wir öfter mal dann wieder abgeprallt sind. Und wir sind im Grunde auf allen Zeitebenen bei diesen Extrempunkten gewesen, sind im Längerfristigen noch nach wie vor komplett überkauft. Nur im 5-Tages-Bereich sind wir nicht mehr krass überkauft, sondern neutral. Und wenn wir jetzt gucken, was auch die nächsten Tage wahrscheinlich wichtig wird für die Börsen, dann ist das eben auch die US-Wahl. Jetzt war in der Nacht dieses Duell zwischen Vance und Waltz, also den Vizekandidaten. Und eins muss man, glaube ich, sagen, oder eins ist ein ziemlich einhelliger Tenor. Vance hat sich sehr gut geschlagen, Waltz hat sich nicht so richtig gut geschlagen. CNN sagt, der war nicht ausreichend vorbereitet, hat dann so ein paar Schwächen offenbart, zum Beispiel bei der Frage, wann war er denn genau in China, über seine Militärzeit etc. Da hat Vance richtig gut reingeknallt, auch mit einigen Punkten, für wen auch immer man hier Sympathien hat. Aber das war eher ein Sieg für eben Vance statt für Waltz, der nicht wirklich eine gute Figur gemacht hat. Und wir sehen, vorher war er totaler Favorit, dass er diese Debatte gewinnt. Und das ist sehr, sehr stark abgestürzt, sodass Nancy Pelosi jetzt sagt, verkauft Waltz, kauft Vance, kleiner Scherz am Rande. Aber ein wichtiger Faktor für diese Wahl ist auch eben dieser Hurricane Helene, der ja jetzt so viele Schäden angerichtet hat, mindestens 155 Tote, Millionen ohne Strom. Und das auch eben in sogenannten Swing States wie Georgia. Und was Trump gemacht hat, der ist am Montag gleich hin, hat mit den Familien gesprochen etc. Die US-Demokraten, weder Biden noch Harris, haben sich da irgendwie blicken lassen. Jetzt will Biden heute mal vorbeigucken, aber das sind so Dinge in Bundesstaaten, wo es auf wenige Stimmen ankommt, können solche Dinge vielleicht das entscheidende Zünglein an der Waage sein. Also ich denke, dass die Wahlchancen von Trump und Vance sich jetzt wieder verbessert haben, deutlich. Das dürften wir in den Umfragen bald sehen. Kommen wir noch nach China. Hier sehen wir wieder über 8% Rally in Hongkong. Festland China ist ja zu bis Ende der Woche, aber Hongkong handelt. Wir sehen also wieder eine massive Rally und sind jetzt so überkauft wie noch nie in History. Wir haben jetzt den höchsten jemals gemessenen Wert bei Advanced Decline, also Anzahl steigender in Relation zur Anzahl fallender Aktien. Alle sind drin. Jetzt wollen auch die Hedgefonds unbedingt rein. Egal was, Hauptsache kaufen. Wir gucken uns die einzelnen Aktien gar nicht mehr an. Wir kaufen alle. Das ist jetzt scheinbar das Motto und das zeigt natürlich dieses Überschwängliche, was hier der Fall ist. Und der Stan Druckenmiller, der legendäre Druck, der sagt, also solange Xi Jinping Präsident ist, kaufe ich nicht in China. Und ich glaube, damit hat er einen richtig guten Punkt. Jenseits von Trading Aspekten, da kann man natürlich Gewinne machen. Aber perspektivisch, solange hier praktisch ein, wie soll man sagen, sozialistischer Planwirtschaftler am Start ist, wird sich die chinesische Wirtschaft nicht nachhaltig erholen. Ich glaube auch, dass das sehr schwierig wird mit diesem Stimulus, dass die ganze Geschichte gelingen wird. Und Druckenmiller sagt, er liebt Japan und Argentinien, welches einen brillanten Leader habe. Also er meint Millet, der in Deutschland ja ganz böse ist, gell. Böse. Finger weg, gell. Druckenmiller sieht das anders. Und ist zum Beispiel auch Short Bonds, geht also von steigenden Renditen aus, weil er eben sagt, das Defizit wird komplett unkontrollierbar aufgrund der von wem auch immer betriebenen Politik. Und er sagt, ja, durchaus möglich, dass wir einen praktischen Wiederanstieg der Inflation wie in den 70er Jahren sehen. Damals ja eine andere Geschichte, Ölkrise. Damals die Welt noch viel abhängiger von Öl als derzeit. Aber es macht vielleicht Sinn, eben fossile Kraftstoffe nicht unbedingt zu verbieten und versuchen sozusagen, das komplett aus dem Rennen zu schicken, so wie es die Grünen ja wollen. Hier sehen wir Sven Giegold, der sich jetzt versucht, auf europäischer Ebene einzusetzen, dass Atomkraft nicht als grüne Energie gilt. Also man versucht sozusagen noch die Ideologie schon irgendwie noch in ganz Europa zu beeinflussen, während man schon ein bisschen unter Wasser ist, kann man sagen, mit der Zustimmung. Und das gilt auch für Kanzler Scholz. Hier hat Nikolaus Blome, wie ich finde, sehr lustig diesen Vergleich gezogen mit dem schwarzen Ritter bei Monty Python, der schon keine Arme und mehr Beine hat und sagt, ja, aber ich werde dich trotzdem besiegen. Ich bin unbesiegbar. Und so hat man auch das Gefühl, dass der gute Scholzi so ein bisschen weit, weit weg ist von der Realität. Schauen wir uns mal an, ob das weit von der Realität entfernt ist, was die Märkte einpreisen in Sachen Fettsinssenkungen. Der BlackRock CEO sagt, nämlich Larry Fink, ja, das ist viel zu viel, was ihr da eingepreist habt. Und wenn wir jetzt den Ölpreis und solche Geschichten, Hafenstreike sehen, dann könnte das wirklich der Fall sein. Mehr dazu in diesem Artikel gerne weiterempfehlen. Und wenn Sie wirklich wissen wollen, was in China abläuft und nicht nur Jubelmeldungen über, wow, jetzt alles wird steigen, alles wird toll, dann empfehle ich diesen Artikel 75 Jahre China Aufbruch oder Garbage Time. Die Stimmung in China so düster wie lange nicht. Mehr diese beiden Artikelempfehlungen. Dann sage ich Servus. Ciao. Ja. Vielen Dank.